Das ist der Jugendbeutel Diablo in der aktuellen Charge Herbst 2024 mit DJ Cracker, Risky Sushi und zweimal Knallerbsen. Das Ganze ist von Leslie, Feuerwerksortiment der Kategorie F1 mit einer NEM von 6,21 Gramm, Preis und Wo gekauft hier und natürlich in der Beschreibung. Ja, davon, wie man eben schon sehen konnte, zwei Pakete drin. Einmal Risky Sushi, da drauf steht Bodenspinner, fünf Stück, das sind für mich eher kleine Fontänen, aber gut. Und acht Stück DJ Cracker. Und acht Stück DJ Cracker. Das war der Jugendbeutel Diablo von Leslie.